Frau sagt, um 5 Uhr gehören wir Janis Bieler. Kommst du mit? Tinas Frau liebt. Wer ist dich? Sven und Chris und ich. Die alten Freunde von der Schule. Wo te ich dir? Ich schlafe eine Stunde, dann komme ich. Tina geht ins Zimmer. Sie war zwei Jahre in New York. In ihrem Zimmer gibt es Poste von Janis Bieler. Es gibt viele Sider von Janis Bieler. Die dominierende Farbe ist Bild. Tina denkt, vor New York war ich ein Mädchen. Jetzt bin ich eine Frau. Tina legt sich auf das Bett. Sie denkt an Kurt. Neben dem Bett ist ein Telefon. Tina denkt, ich kann in New York anrufen. Aber ich mache es nicht. Tina weint. Dann schläft sie ein. Tina schläft eine Stunde. Dann wacht sie auf. Sie schläft das Telefon. Sie denkt wieder an Kurt. Tina weint wieder. Sie denkt, nein, ich rufe Kurt nicht an.